Welche Show am Splash fandest du am allerwagsten? Ich muss leider ehrlich sagen, Haftbefehl. Er hat einfach die ersten 15 Minuten nur seinen DJ irgendwelche komischen Songs spielen lassen. Erstmal haben er so auf die Bühne gegangen, aber auch ohne Mike. Er hat so ein bisschen getanzt, so mäßig ist dann wieder gegangen. Man wusste irgendwie nicht so richtig, was los ist. Ich hoffe, dem Bruder geht's gut. Ich glaube, danach haben die Leute gut abgefeiert. Die Moshpits sahen crazy aus, aber er hat auch nur so fünf Songs gespielt und die dann jeweils dreimal oder so und dann ist es auch gebounced.